Schicksal, so lernte Anna-Karina Partner kennen. Anna-Karina Wojciak, 30, spricht offen über ihre neue Liebe. Sechs Jahre lang gingen sie und Stefan Ross, 47, gemeinsam durchs Leben. Drei davon waren sie sogar verheiratet. Doch nachdem die Fans es bereits vermutetet hatten, bestätigte das einstige Traumpaar im November vergangenen Jahres die Trennung. Kurz darauf ist die Schlagersängerin nun aber wieder in festen Händen. Jetzt verriet Anna-Karina, wie sie ihren Daniel kennengelernt hat. In einem Interview mit Bunte verriet Dibuti, dass sie ihren Liebsten direkt nach der Trennung von Stefan kennengelernt hatte, ausgerechnet in dem Moment, wo ich dabei war, Kisten für meinen Auszug zu parken. Ich glaube, es war Schicksal. Dass Daniel mich in dieser schwierigen Zeit via Instagram angeschrieben hat. So habe der Key Account Manager, der zu diesem Zeitpunkt im Urlaub war, der 30-jährigen Fotos und schöne Nachrichten geschickt, seitdem standen die beiden im regelmäßigen Kontakt. Wie Anna-Karina ebenfalls verriet, trafen sich die beiden nach seiner Rückkehr zum ersten Mal in Linz, seitdem sind wir sehr glücklich und verliebt. Aber wir lassen uns Zeit mit unserer Beziehung. Die Sängerin fühle sich wie befreit und schaut voller Zuversicht auf ihr neues Leben.